In diesem Video werde ich einige wichtige Hinweise, Tipps und Formeln für den Pflichtteil der Abiturprüfung 2021 zeigen und zwar für Allgemeinbild in Gymnasien, Leistungsfach Mathematik in Baden-Württemberg. Bevor wir richtig loslegen noch ein paar Anmerkungen. Ab 2021 gibt es einige Veränderungen in Aufbau und Aufgabenstellung des Pflichtteils sowie ein paar kleine neue Themengebiete. Und ich habe mich außerdem bemüht, in diesem Video die wichtigsten Formeln noch zusammenzutragen, weil bestimmte Formeln bzw. Sachverhalte muss man für den Pflichtteil auswendig kennen. Hinweise für den Wahlbereich findet ihr auch sehr bald im Abspann dieses Videos, sowie Playlists mit Tutorials und Beispielaufgaben zu allen Themen, die hier angesprochen werden. Und jetzt legen wir los. Natürlich wäre es in erster Reihe wichtig zu wissen, wie dieser Pflichtteil überhaupt aufgebaut ist. Deshalb zur Übersicht. 50% des Pflichtteils macht Analysis aus. Das sind 4 von 8 Aufgaben. Weitere 25% gibt es im Bereich der analytischen Geometrie. Das sind die nächsten zwei Aufgaben. Und die letzten 25%, ebenfalls mit zwei Aufgaben, sind im Bereich der Stochastik. Damit könnt ihr im Pflichtteil 20 von maximal 60 Verrechnungspunkte erreichen und dadurch die ersten drei von 15 Notenpunkten. Und natürlich legen wir mit dem umfangreichsten Teilgebiet los, und zwar Analysis. Hauptsächlich müsst ihr euch hier mit Differentialen und Integralrechnungen auseinandersetzen. Übersetzt heißt das, alles was mit Ableitung und Integration zu tun hat. Natürlich fangen wir an mit und Ableiten. Und die ersten Abreitungsregeln, die ihr kennengelernt habt, waren Potenzfaktor und Summeregel. Natürlich liegt das harmlos, allerdings gibt es auch hier ein paar miese Sachen, wie zum Beispiel Wurzel- und Potenzfunktionen mit negativen Hochzahlen oder Exponenten. Zur Erinnerung, man kann jede Wurzel in eine rationale Hochzahl umformen, also eine Bruchhochzahl. Und wenn mal ein x unter dem Bruchstich sein sollte, kann man natürlich diesen x, diese Variable, auch nach oben zähler ziehen, indem man einfach das Vorzeichen beim Exponenten ändert. Außerdem gibt es noch hoffentlich die wohlbekannte Kettenregel, hier rechts eingeblendet, und die Produktregel. Ein wichtiger Anwendungsgebiet dafür sind natürlich Aufgaben im Umfeld von Tangent und Normalen. Zur Erinnerung, das ist die Gleichung der Tangente und das die Gleichung der Normalen. Natürlich steht in dieser Formel auch eine Merkhilfe, allerdings empfiehlt sich für den Pflichtteil dieser Formel auch auswendig zu kennen. Weiter geht's mit der Bestimmung von Stammfunktionen, neben den Grundregeln. Sehr wichtig hier, dass ihr die lineare Substitution kennt, das ist die Regel, mit der man verkettete Stammfunktionen integriert. Und natürlich besondere Stammfunktionen mit Hilfe der Lernfunktion oder logarithmische Integration. Wir unterscheiden hier bei den Stammfunktionen zwischen zwei Aufgabentypen. Aufgaben, wo man irgendeine Stammfunktion bestimmen muss, da spielt die Konstante C am Ende keine Rolle, also ihr könnt es kurz gesagt weglassen. Und Aufgaben, wo bestimmte Stammfunktionen verlangt sind, da müsst ihr mit Hilfe einer Randbedingung einen passenden Wert für diese Konstante C bestimmen. Außerdem müsst ihr natürlich in der Lage sein, Integrale zu lösen und damit beispielsweise auch Flächen zu berechnen. Zur Erinnerung, ihr braucht den sogenannten Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung, nochmal hier eingeblendet, aber auch besondere Werte beim Umgang mit der E-Funktion, wie zum Beispiel ln1 ist 0, lnE ist 1 und eine sehr nützliche Formel noch, die man häufig benutzt, wenn man Terme mit der E-Funktion vereinfachen möchte. Genau das Gleiche gilt auch für Sinus- und Cosinus-Funktionen. Um die Terme am Ende zusammenzufassen, braucht ihr natürlich die Schaubilder der Sinus- und Cosinus-Funktion zu kennen, um ein paar besondere Werte abzulesen. Alternativ könnt ihr natürlich an dieser Stelle auch den Einheitskreis benutzen oder eine kleine Wertetabelle auswendig lernen. Ebenfalls wichtig für den Fliegteil in verschiedenen Zusammenhängen ist auch das Lösen von Gleichung. Zur Erinnerung, die wichtigsten Lösungsansätze lauten Satz vom Nullprodukt, Substitution und dann eventuell noch die ABC-Formel, also die sogenannte Mitternachtsformel. In erster Reihe geht es um Exponentialgleichungen. Da müsst ihr allerdings aufpassen und auf den Wertebereich achten. Die E-Funktion zur Erinnerung kann nie negativ sein bzw. nie Null werden. Bei den trigonometrischen Gleichungen gibt es natürlich die gleiche Falle, und zwar ihr müsst auf den Wertebereich achten. Der ist ja bei trigonometrischen Funktionen immer begrenzt. Außerdem habt ihr noch ein kleines Problem mit der Auswertung. Wenn ihr die Schaubilder der Sinus- oder Kosinus-Funktion nicht kennt, könnt ihr auch nicht am Ende die genauen Lösungen herausfinden. Bei den Bruchgleichungen, ja, da müsst ihr auf den Definitionsbereich achten, also welche Werte für x sind erlaubt, welche nicht. Und meistens ist es zuerst sinnvoll mit dem sogenannten Hauptnenner durchmultiplizieren, damit eliminiert ihr die Brüche. Die Eigenschaften von verschiedenen Funktionstypen sind ebenfalls wichtig. Anhand dieser Eigenschaften seid ihr dann in der Lage, Schaubilder zu erkennen und zuzuordnen und im schlimmsten Fall Funktionsterme anhand von Schaubildern aufzustellen bzw. Funktionen zu skizzieren. Einige dieser wichtigen Eigenschaften sind natürlich Verschiebung, Streckung, Spiegelung, Verhalten gegen Plus, Minus und Endlich und meinetwegen auch Symmetrie. Allerdings bringen die einzelnen Funktionstypen auch Besonderheiten mit sich. Zum Beispiel die natürliche Exponentialfunktion besitzt eine waagerechte Asymptote und ihr müsst in der Lage sein, die am Schaubild zu erkennen und zu interpretieren. Genauso sieht es auch bei trigonometrischen Funktionen, die besitzen natürlich eine Periode. Und bei den gebrochen rationalen Funktionen spielen unter anderem Definitionslücken, Polstellen oder senkrechte Asymptoten eine Rolle sowie die waagerechten Asymptoten oder das Verhalten gegen Plus und Minus und Endlich. Am Ende des Analysesteils, meistens bei der Aufgabe 4, kehren wir wieder zu Differenzation und Integration, diesmal in grafischer Hinsicht. Also bei dieser Art von Aufgaben handelt es sich meistens um Schaubilder, der Ableitung oder Stammfunktion, die ihr interpretieren müsst. Im schlimmsten Fall musst ihr in der Lage sagen, grafisch abzuleiten, dann natürlich Stammfunktionen zu zeichnen und die Bedeutung der Integralfunktion kennen. Monotonie und Krübung könnten auch eine Rolle spielen, sowie verschiedene Aussagen im Zusammenhang mit Integrale. Nachdem die Analysesteile geschafft ist, erwarten uns zwei Aufgaben im Bereich der analytischen Geometrie. In erster Reihe müsst ihr hier ein paar nützliche Grundlagen kennen, wie zum Beispiel die Länge eines Vektors, dann Skalar und Vektor oder Kreuzprodukt. Beim Skalarprodukt ist dieser Sonderfall sehr wichtig, wo das Skalarprodukt zweier Vektor 0 ist. Das bedeutet, dass die Vektoren aufeinander orthogonal sind. Und das Vektorprodukt benutzt man auch sehr oft, unter anderem für die Bestimmung von Normalvektoren, wenn es um Ebenenumformung geht. Außerdem, Mittelpunktberechnung ist gang und gäbe, sowie der Umgang mit einfacher Linearkombination. Dann geht es natürlich hauptsächlich um geraden Ebenen, ihre Lagebeziehung und Abstandsberechnung. In erster Reihe Aufgaben im Zusammenhang mit den verschiedenen Ebenengleichungen. Das bedeutet, ihr müsst in der Lage sein, von der Parameterform in normalen, beziehungsweise Koordinatenform umzuformen und umgekehrt. Dann Aufgaben zur Lagebeziehung. Interessant sind natürlich die gegenseitige Lage von zwei Geraden, zwei Ebenen oder sogar drei Ebenen, beziehungsweise Gerade und Ebene. Und Aufgaben im Zusammenhang mit Abstandsproblemen. Im Pflichtteil hauptsächlich Abstandpunkt Ebene. Da habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder die hessische Normalenform nehmen oder den längeren Weg über den Lotfußpunktverfahren. Und Abstandpunkt Gerade. Da habt ihr auch mehrere Verfahren zur Auswahl. Die bekanntesten sind entweder Orthogonalitätsverfahren oder ein Verfahren über eine Hilfsebene. Ein bestimmter Aufgabentyp, was die letzten zwei Jahre im Pflichtteil in der Abiturprüfung gefehlt hat, könnte dieses Jahr wieder zurückkommen, und zwar die Beschreibung von Verfahren für verschiedene geometrische Probleme. Hier geht es nicht darum, irgendwelche Rechnungen durchzuführen, sondern nur ein Verfahren anhand einer Planskizze zu beschreiben. Zum Beispiel, auch hier könnte man Aufgaben im Zusammenhang mit Abstandsproblemen nehmen, wie zum Beispiel Abstandpunkt Ebene, Abstandpunkt Gerade, sowie Abstand Windschiefergeraden. Zur Erinnerung, auch bei dem Abstand Windschiefergeraden gab es mehrere Lösungsmöglichkeiten. Merkt euch eine und zieht sie durch. Außerdem könnte hier natürlich auch Spiegelung und Symmetrie vorkommen. Auch hier gibt es einige wichtige Spiegelungsfälle, wie, okay, grundlegend Punkt am Punktspiegel, dann Punkt an geraden Spiegeln, Punkt an Ebenen Spiegeln und Gerade an Ebenen Spiegeln. Und zum Schluss natürlich noch der Stochastik-Teil. Auch hier gibt es ein paar Grundlagen, die man nicht vergessen sollte, wie zum Beispiel der Umgang mit Baumdiagrammen. In dem Zusammenhang spielt natürlich Ziehung mit und ohne Zurücklegen eine wichtige Rolle, sowie das Gegenereignis. Außerdem alternativ zu Baumdiagrammen kann man auch Vierfeldertafel benutzen, wenn es die Aufgabenstellung erlaubt. Und in diesem Zusammenhang, was ich eher unwahrscheinlich im Pflichtteil sehe, kann natürlich auch bedingte Wahrscheinlichkeit auftauchen. Ebenfalls ein Thema aus der 9. und 10. Klasse, die hier von Bedeutung sein könnte, ist der Erwartungswert von Glücksspielen, zur Erinnerung. Der Erwartungswert eines Gewinns kann man ausrechnen mit Gewinn mal Wahrscheinlichkeit anhand einer Wahrscheinlichkeitsverteilungstabelle. Und in diesem Zusammenhang spielt natürlich das faire Spiel eine Rolle. Das ist der Fall, wenn der Erwartungswert 0 ist. Und dann Aufgaben, wo man den Einsatz anpassen muss oder die Auszahlungsbeträge oder die Wahrscheinlichkeitsverteilung. Im Rahmen der Binomialverteilung bzw. von Bernoulli-Experimente ist es natürlich wichtig, dass ihr die Eigenschaften der Binomialverteilung kennt. Das bedeutet, dass ihr in der Lage seid zu entscheiden, wann ihr die Binomialverteilung anwendet und wann nicht. Dann der Umgang mit der Bernoulli-Formel bzw. Binomialkoeffizienten ist wichtig. Das heißt, ihr müsst die Formel für den Pflichtteil auswendig kennen, sowie in der Lage sein, Binomialkoeffizienten ohne Taschenrechner auszurechnen. Das Ablesen und Interpretieren von Histogramme ist ebenfalls wichtig. Histogramme, das ist die Art und Weise, wie man Binomialverteilung darstellt. Und natürlich ist in diesem Zusammenhang mal wieder der Erwartungswert der Binomialverteilung von Bedeutung. Zur Erinnerung, µ, der Erwartungswert ist hier n mal p. Und man erkennt ihn ganz gut auch an diesem Histogramm. Der Erwartungswert ist immer die Trefferzahl mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. In diesem Zusammenhang gibt es auch noch die Standardabweichung, die auch noch eine Rolle spielen könnte. Und als letztes Themengebiet bei dem Stochastik-Teil ein neues Thema, was erst ab 2021 auf dem Lehrplan steht, und zwar stetige Zufallsgrößen und Normalverteilung. In diesem Zusammenhang musst Du natürlich die Eigenschaften einer Dichtefunktion kennen. Sowie Interpretation und Umgang mit der Gausschen Glockenkurve beherrschen. Das bedeutet, sich ein bisschen an der Glockenkurve orientieren. Erkennen, wo der Hochpunkt ist, wo die Wendepunkte sind. Und natürlich in der Lage sein, Erwartungswert und Standardabweichung abzulesen. Sowie näherungsweise Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe dieser Glockenkurve zu bestimmen. Zur Erinnerung, die Wahrscheinlichkeit war in diesem Fall genau die Fläche unter der Kurve. Ich hoffe, dass Euch diese Zusammenfassung eine kleine Übersicht über die jeweiligen Themengebiete geben könnte. Und wünsche Euch natürlich viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.